Ich möchte euch gerne beweisen können, dass ihr in eurer eigenen Akasha-Konik geht und auch in die Akasha-Konik von jemand anderem. Und deshalb möchte ich euch bitten, wenn wir üben, an diesem Seminar steht zu 80% Ausüben, dass ihr die auch schreibt. Weil dann kann ich euch beweisen, dass ihr in eurer Akasha-Konik seid. Wenn ihr es nicht abschreibt, kann ich euch leider nichts beweisen. Ja, das Seminar hat mich wirklich sehr, sehr umgehauen. Also wirklich die Erfahrung, dass jeder, ich auch als vielleicht eher aus dem technischen Bereich kommender, diesen Zugang nach oben bekommen kann. Und dass mir das auch ganz persönlich und sehr tief und auch emotional richtig weiterhilft und es mich richtig erreicht, mich richtig berührt, war für mich ja umwerfend, unerwartet und auch sehr beglückend. Und die Leitung, Gabriela und Nico, unglaublich, unglaublich sympathische Leute, unglaublich gleichzeitig geerdet und gleichzeitig angewunden. Also wunderschön zu empfehlen, jedem, einfach jedem. Und kalt und kalt! Und sie wurden auch mal auf dem rocken und sacket. En wunderschön zu empfehlen, ebenso ein italiano! Ich schreide, toll und kalt. Was! Oh! Was du okay? Ah! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020